Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Pokémon Silber 1 und 2 Kanto Region und wie gesagt werden wir es jetzt langsam mal aufmachen Richtung Zinnoba Inseln. So, Fahrrad wieder rausholen. So, die Zinnoba Inseln liegen doch normalerweise da unten irgendwo, ne? Genau. Die haben wir mal ruhig. So. Oh, hier gibt es wirklich viel zu sehen und zwar gar nichts. Das heißt wir müssen über Alabastia letztendlich dorthin kommen. Von daher muss ich jetzt kurz überlegen wie wir am besten nach Alabastia kommen. Wir haben ja zum Glück unser Flug-Pokémon Gerd. Dass uns jetzt mal kurz in die Gruppe Azuria Orania kommen wir da durch die Höhle. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir gerade so in den Sinn kommt, dass wir jetzt über die Höhle gehen. So. Ähm. Jetzt nebenbei noch gesagt, es gibt noch ein, zwei Sachen, die wir hier klären müssen. Oh, ein Relaxo. Relaxo schläft friedlich. Da können wir scheinbar auch nicht unbedingt hin. Aber ich glaube, ich habe da eine gewisse Idee. Ganz kurz mal gucken. Ähm, so. Ah ja, ja. Jetzt muss ich mich echt mal wieder daran erinnern, ähm, wo ich eigentlich hin muss. Genau, was ich zu tun habe. Gehen wir mal in diese Richtung. Das kann nicht falsch sein. Da lang bitte. Geht ihr vorbei? Geht ihr vorbei? Ach, diesen kommt die mich jetzt auf mich. So, ähm, ja und zwar gibt es ein kleines Problem, wie ihr wahrscheinlich schon mal im Kanal gelesen habt. Habe ich meinen PC komplett neu gemacht. Also, komplett blätten müssen wegen eines Virus. Und, ähm, von daher hat es jetzt halt ein, zwei Tage gedauert, bis der nächste Part hochkommen konnte. Und mit Zelda muss es leider ein bisschen pausieren. Ich denke so bis Montag, Dienstag. Nächste Woche dann. Und dann kann es auch mit Zelda weitergehen. Da will man mir nämlich gewisse Programme nochmal runterladen. Und das dauert leider ein bisschen seine Zeit. Von daher gibt es für das erste Mal die Pokémon-Action bis Montag. Ich hoffe, ihr versteht das. Und, ja. Gut, äh, Paule hat, äh, Magnetilo besiegt. Nächstes Magnetilo kommt in den Kampf. Sehr fein. Und, Flammenrad einsetzen. Yeah, kaputt. Und Treffer. So. Und, Magnetilo ist hinüber. Tadak ist sehr effektiv. Magnetilo wurde besiegt. Wir erhalten 609 Erfahrungspunkte. Ja, heute ist Freitag. Von daher, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, ich will meinen PC. Und, ja, nun kann es endlich weitergehen mit Let's Plays hier auf dem Kanal. Let's Play mit Sebi. Jawoll. I'm happy. So. Kazoo. Und, ja, bam. Magnetilo wurde besiegt. Der Tag ist sehr effektiv. Sehr fein. Und, somit können wir weiterreisen. Mal gucken. Äh, ich muss mir wirklich mal überlegen, wie das nochmal ging. So, gucken wir mal. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Nun sind wir, äh, ja, sehr fein. In einem neuen Radioturm. Hi. Willkommen, schau dich auf diese Altage ruhig um. Okay. Äh, ja, hier ist ein Radiomotorator. Wer bist denn du? Nein, nein, nein. Wir sind nicht mehr auf Sendung. Seit das Kraftwerk nicht mehr läuft. Alle Bemühungen, diese Stationen zum Laufen zu bringen, sind vergebens, wenn ich nichts senden kann. Ich bin ruiniert. Hm, ich glaub, das war ein Stichwort für uns, Leute. Und zwar, dass wir doch mal, bitteschön, ähm, zum Kraftwerk gehen und da mal gucken, was da so abgeht. Scheinbar muss da irgendwas schieflaufen am Kraftwerk. Von daher werden wir es nun zum Kraftwerk aufmachen. Das ist zum Glück nicht so arg weit weg von hier. Dumm, 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 dumm. so du kannst da schneider einsetzen möchtest du da schneider einsetzen ja gerne das ist einfach perfekt zack er ist am pokémon-kampf die leute sollten ihren müll nicht hier liegen lassen ja das ist halt die menschheit heute da wir schmeißen unser müll irgendwo hin wo wir gerade bock haben so fahrtfinderin kasten tut mir leid so nidorena in den kampf wir schicken unser paul in den kampf mal sehen was wir in diesem harten erreichen ich denke nicht dass wir gleich mit einem arena kampf weiter starten können das wird glaube ich ein zwei parts dauern denn wir haben noch eine menge zu erledigen hier in kanto und das dauert jetzt erstmal eine zeit lang und freut euch aber auf den nächsten part ist jetzt sehr witzig mal sehen vielleicht kommt demnächst mal wieder ein ko-moderator dazu wäre mal wieder schön schon lange keinen ko-moderator mehr neben mir ja mal sehen wir nicht als längst als ko-moderator dazu bekommen hier mit zu machen vielleicht ist meine freundin mal wieder dabei vielleicht auch jemand anderes wir werden sehen wurde besiegt paula erhält genügend erfahrungspunkte und kerstin wurde besiegt da 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 ich hab verloren ja du hast verloren tut mir leid so weiter geht's und runter und jetzt muss ich mich erst mal wieder zurechtfinden nächster kampf ich möchte den felstunnel erforschen viel spaß im felstunnel ich hab da keinen bock durchzugehen tut mir leid äh kämpfer stefan möchte kämpfen schickt enteron in den kampf wir uns abhaulen das zum glück donnerschlag beherrscht und mit diesem donnerschlag werden wir dann auch attack voll drauf gehen und ja ähm mir ist ja eingefallen ich hab ja noch so einen tollen meisterball ich hab eigentlich ein lieblings pokemon wo ich ja gerne damit fangen würde ob ich das auch mache demnächst weiß ich noch nicht das werdet ihr dann sehen und dann muss ich ja noch nach joto und muss mir noch einen visor holen und das benennen nach oben schade sah ich an der artikel gemacht wo nichts bringt und dann bin ich blöd ähm voll lauter reden hier äh vorherschlag bitte so ähm ja werden wir ja dann noch ein visor in kanto fangen oder in joto wo es auch immer zu fangen gibt ich hoffe dass es nicht in kanto zu fangen gibt weil das ist ja eigentlich das kanto let's play und da will ich eigentlich schön hier in kanto bleiben aber müssen wir gucken ob ich das visor in kanto bekomme so weiter geht's hier hoch hier links oh mein gott äh ich glaub da tauschen die pokémon das ist ein wandersmann ähm noab ich glaub du das mal ähm von anfang an kämpfen im nächsten kam yeah freu dich zack du 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 wenn sie kommt kommt sie vom silberberg der silberberg ist in joto oder ähm da lässt sich drüber streiten ich glaube da ist wirklich in joto digga das war ich mir richtig erinnere und der hartmut möchte kämpfen und schickt ein georock in den kampf wir haben natürlich unseren noab und ja ich werd mal sehen wie lange ich diesen part machen werde vielleicht so zwölf minuten oder ja zwölf minuten würde ich sagen mache ich diesen part heute lang da er da ein bisschen warten musste bis dieser part jetzt kommt daher zwei minuten verlängerung yeah so hartmut setzt wieder georock in den kampf wir bleiben bei ähm noab der mit seiner kaskade eigentlich ziemlich gut dabei ist los kaskade zack ne wasserattacke äh georock ist gestein von daher bye bye pechka georock wurde besiegt wir erhalten 889 erfahrungspunkte man hat uns setzt nochmal ein georock ein und mann langsam wird es langweilig ht ähm naja so äh kaskade wieder einsetzen katschung und jaaaa die rocke wurde besiegt weil die attacke sehr viel tiefer und wir erhalten 889 erfahrungspunkte wiederum und wann raten uns wurde besiegt ich war zu sehr mit singen beschäftigt ähm na dann sei ab jetzt lieber ruhig dein gesingen los werden wir wieder unsere pokémon tauschen und in dem fall paule gegen nord wieder austauschen und auf zum nächsten kampf tiri tipp tipp warst du schon beim picknicken das macht kohlenspaß ja das glaub ich dir da was riesenspaß macht echt aber äh ich äh ich äh picknicken das mach ich ähm mal mit meiner freundin aber mehr auch nicht ein huppelupf soweit ich weiß ein äh pflanzentyp ihr könnt jetzt ruhig in die kommentare schreiben wenn es kein pflanzentyp ist als eurem flammende gewinnen wird vorher sehr effektiv sein ergeben so ah tage kasu yeah mal sehen wie lange ich diesen part mache vielleicht mach ich ich bin noch gespalten Leute ob ich wirklich nur 12 minuten mache oder ein bisschen länger äh vielleicht gibt es auch einen 15 minuten part ihr werdet sehen so flammenrat bitte jawoll mal sehen wie lange ich diesen part mache wie gesagt ähm das wird jetzt einfach eine spontane Entscheidung von mir vielleicht mache ich auch 15 minuten oder 20 minuten part das wird sich zeigen äh boah dass mir das halt so wenig gegeben hat werde ich wahrscheinlich wirklich den Part so zwischen 15 und 20 minuten doch machen ihr merkt ich entscheide mich die ganze Zeit um ich bin mir noch unschlüssig so und nun äh sind wir fast da so wir gehen unsere Pokémon mal schnell heilen guten Abend spät dran willkommen im Poké du redest immer das gleiche Schwester gleiche Schwester Joy das geht mir ein bisschen auf die Nerven von daher überspring ich das ganze doch lieber so äh ja ich weiß nicht kann jederzeit wieder zu dir kommen so und jetzt geht's ab zum Kraftwerk weil der liebe Freund hat ja irgendwas gesagt und wegen dem Kraftwerk da läuft irgendwas schief da stimmt was nicht von daher gehen wir in das Kraftwerk mal rein du 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 wow ba da 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 diese Musik macht mich so sentimental willkommen im Kraftwerk von Kanto so äh ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen ähm was geschieht nur mit dieser Welt ein Dieb okay das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie okay ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet ohne dieses Teil funktioniert der Generator nicht okay also Dieb hat auf jeden Fall den was gemacht hier im Moment der Magnetug verbraucht viel Energie ohne den neuen Generator fährt er nicht okay hm und du äh der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne seit die seit jemand den Generator demoliert demolierte ist er traurig und wütend zugleich na dann gucken wir mal wo er sitzt ah da ist er ja komm mal her ich ich werde ihm nie verzeihen wer wagt es mein Generator zu demolieren ich habe so lange daran gearbeitet wenn ich den erwische dann lernt er meine Flitzkanone kennen okay redest du das zweite Mal das das kann ich ihm nicht verzeihen der Schurke kann weinen und sich entschuldigen ich werde ihn trotzdem bestrafen uah okay ähm auf jeden Fall geht es hier um einen Dieb der auf jeden Fall was geklaut hat ähm müssen wir mal gucken wo könnte deshalb dieser Dieb sich denn auch versteckt haben hm ich erinnere mich wagemutig an etwas aber na das muss ich mir jetzt erstmal genau durch den Kopf gehen und oh was geht jetzt ich habe Nachrichten aus Azuria City ein zwielichte Figur treibt sich dort in der Umgebung herum kann ich mit einer Unterstützung rechnen ja klar man äh wir müssen nach Azuria okay so irgendwas scheint in Azuria schief zu gehen so ähm Gerd fliegen wir uns bitte mal nach Azuria City da scheint sich eine zwielichte Kreatur herumzutreiben die Kreatur die man auch mit Misty jetzt in Verbindung bringen kann ich glaube nämlich wenn man diese schnappt ist auch Misty wieder soweit dass man gegen sie kämpfen kann somit können wir zwei Arena oder Leiter glaube ich demnächst auf einmal machen im nächsten Part dann werden wir mal gucken was hier abgeht und ich habe mich jetzt endgültig entschieden Leute dieser Part wird ein 20 Minuten Part also doppelte Ladung für euch hm hier ist nichts hier muss doch sowas sein hier ist dann auch nicht oder 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 bist du immer noch der mit dem äh mein Enkel Bill hat mir von Pokémon langer Zunge erzählt ah das haben wir im letzten Part schon nein ich habe keinen ich habe keinen Klot tut mir leid ähm okay hier treibt sich auf jeden Fall irgendwo ein zwielichtiger Typ herum gucken wir mal hm 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 hier gibt ein hier OMG ist ja schon mal nicht er muss hier irgendwo rumtreiben Leute äh guck mal mal Arm, Cap, trennen sich, Pärchen. Klar, das wissen wir ja schon vom letzten Mal. Das warst du mit deinem Detektor. Hm. Irgendwo sieht der Freak doch rumtreiben. Wirklich, jetzt auf Freaksuche, auf jeden Fall. Du warst es nicht, du warst es nicht. Oh, nicht, oh, nicht, oh, nicht, oh, nicht. Na, gucken wir mal. Irgendwo sieht der Freak doch rumtreiben. So eine zwielichtige Figur. Hm. Ich hatte ja die Vermutung, dass es dieser Freak hier ist. Aber... Ah, Gott, wo könnte dieser Freak denn rumhängen? Damm, 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 damm. Hm. Also Leute, das könnte jetzt eine kleine Suchaktion geben hier. Denn wir sind jetzt in Azurier. Und hier soll sich irgendwo ein Typ herumlungern, der eigentlich nicht dazu gehört. Hm. Gucken wir mal. Damm, 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 damm. Und hier ist ein Typ in der Gegend rum. Vielleicht findet man ihn, ja. Aber er muss irgendwo ein Azurier sein. Haben sie doch gerade eben gesagt. Also, hm. Wo könnte dieser Freak sich denn rumtreiben? Na, hier eher nicht. Alles klar. Dann müssen wir jetzt echt mal gucken und die Leute so ein bisschen ansprechen und gucken, wo denn so ein Freak ist. Das ist möglicherweise hier drin etwas. Mal gucken. Ich habe gehört, dass eine zwielichtige Typ herumschleichen soll. Ich werde nicht stillhalten, wenn sich herausstellt, dass er ein Dieb ist. Er ist ein Dieb, Leute. Und wir müssen jetzt wirklich mal gucken, wo sich dieser zwielichtige Typ denn jetzt rumtreibt. Dann gehen wir mal in die Arena. Ha! Da ist er. Ups, äh. Zut ja so leid mir. Du nicht verletzt. Du, okay. Ich wäre beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gesehen werde. Oh nein, du mich schon gesehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Äh, du, äh, du vergessen, dass du mich gesehen hast. Ja, äh, du nicht sehen und hören. Tschüss, Kleiner. Und tschüss. Alter, Digga. Die schnappe ich mir. Ich wusste, dass es da eine kleine Verbindung gibt. Oh, Alter. Das ganze Rumsuchen ist witzig, aber von der Musik her. Die Musik war doch so klar. Die haben wir doch irgendwo her gekannt, Leute, ne? Und zwar... Da ist er ja. Äh, Kleiner. Ich seien von Team Rocket. Äh, seien aus fremdem Land. Trainer 1. Ich seien. Glaubt, wenn nix Energie mehr machen, viel Panik bei Leuten. Geheim mein Auftrag seien. Ich dir nix verraten. Doch, wenn mich besiegen, ich seien lieb und dir verraten Geheimnis. Du Kind kämpfen, lass uns. Oh, ja, Leute. Das habe ich vermisst hier. Und zwar Team Rocket, Alter. Die haben zwar total genervt im ersten Teil von diesem Let's Play, aber sie sind letztendlich doch cool und fehlen einfach. Wenn man ein Pokémon-Spiel hat ohne Team Rocket oder Team Magma oder Team Aqua oder wie die alle heißen da, da fehlt einem doch was. Von daher... Perfekt, Alter. So, Goldbart wurde besiegt. Dieser Team Rocket 50 ist ja schneller besiegt wie gedacht. Und Paul ist fast schon auf Level 64. Jawohl. Uff, nein, glaub nicht. Ich kann stark sehr du sein. Ich nix Gegner für dich. Ja, glaub ich auch. Okay, verraten dir mein Geheimnis. Spule gestohlen von mir. Versteckt in Arena der Azurias City. Wasser sein. Gutes versteckt. Inmitten der Arena Wasser sein. Bub, du mich... Vergessen nicht. Besiegen dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Yoto. Mein Freunde rächen. Sie werden tun. Was du sagen, Team Rocket nix mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen? Oh, nein. Ich... Ich tun, was sie jetzt machen. Ja, weg ist er. Na, das nenne ich mal Halleluja. Das war, ich glaub wirklich, der allerletzte Team Rocket Kampf. Und die scheinen wirklich einen aus... einen ausländischen Auszubildenden gehabt haben. Sehr witzig. Und... Oh mein Gott, was ist das? Oh, hi Misty. Warum musst du jetzt auf der Umordnung stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage. Du hast richtig gehört. Plage. Die Orden, die du hast, sind das Arena-Orden aus Yoto? Wenn du acht hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Arena von Azurias City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, Arena-Leiterung von Azurias City. Alles klar, somit ist Misty jetzt auch endlich da, wo sie hingehört. Und jetzt holen wir uns noch die Spule. Und dann werde ich diesen Part leider schon wieder beenden. Also in 20 Minuten etwa rum. Und... Boah, der Team Rocketfuzzi, der ausländische Ausbilder da. Oder was auch immer das war. Der hat mich ganz krank gemacht mit seinem Wischi-Waschi-Gelaberer gerade eben. Oh, und... Ja, es gibt wieder... Es gibt wieder Kämpfe. So. In der Mitte sein Wasser. Da nix sein, Junge. Ah, da! Seppi, wir haben die Spule gefunden. Sehr wichtig. Gut, die haben wir jetzt gefunden. Jetzt gehe ich direkt zum Misty vor. Und werde diesen ganzen Trainer hier aus dem Weg gehen. Das kann man nämlich in dieser Arena so toll. Und genau hier sage ich dann jetzt auch Lebt Wohl, Leute, für diesen Part. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wie gesagt, das war jetzt ein 20-Minuten-Part etwa. Als kleine Belohnung für euer Warten. Weil ihr so lange warten gemischt habt, wie sich jetzt den nächsten Part hochschlechnen konnte. Von daher... Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt mir gewogen, Leute. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal bei... Let's Play Pokémon Silver 1.2 Kanto Region. Mit mir, eurem Sebi, auf dem Kanal. Und Racer McNeil. Also, bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.